Top Gun Maverick ist die Rückkehr des klassischen Pentagon-Kinos der 1980er Jahre. Ein extrem spaßiger, komplett schamloser Werbespot für die US-Luftwaffe, oder genauer gesagt die Marine, für die die Hauptfiguren arbeiten, weil ihre Flugzeuge von einem schwimmenden Flugzeugträger starten. Also kein woker Soft-Reboot, keine marxistische Pädagogik. Maverick ist nicht komplett abgehalfter, der leistet nicht nur eine Support-Aufgabe für einen weiblichen und fähigeren Nachfolger, wie beispielsweise in den neuen Star-Wars-Filmen. Andere legendäre Charaktere wie Iceman werden nicht heruntergemacht und abgefertigt, wie in den neuen Star-Wars-Filmen, sondern noch mehr gehuldigt. Männliche Gewalt wird nicht ersetzt durch weibliche Gewalt oder Diplomatie. Und wo wir gerade bei Star Wars sind, der Plot ist im Prinzip A New Hope. Maverick soll innerhalb weniger Wochen die besten Piloten des Landes ausbilden, für eine haarige Mission durch einen Canyon, wo dann ganz präzise ein winziges Ziel getroffen werden muss, um die unterirdische Uran-Anreicherungsanlage eines nicht näher genannten Schurkenstaats zu zerstören. Es ist der Todesstern und die gewöhnlichen Piloten haben nicht die Macht auf ihrer Seite. Maverick hat Jedi-Kräfte und der alte verstorbene Kollege Goose ist ein wenig Obi-Wan für ihn. Überrascht es uns wirklich, dass pünktlich zu den neuen internationalen Spannungen der Film den Woke-Trend in Hollywood beendet und junge Menschen inspirieren soll, zum Militär zu gehen oder zumindest das Militär zu fördern? Man fühlt sich beim Zuschauen wirklich wie in den 1980er Jahren, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, bevor dann in den 1990ern kinotechnisch abgerüstet wurde und die Actionhelden von einst wie Schwarzenegger und Stallone plötzlich in Komödien spielten oder in ironischen Actionfilmen, die das Genre auf die Schippe nahmen. Nach Jahren der woken marxistischen Kinopädagogik spielt Top Gun Maverick nun bergeweise Geld ein und zeigt, dass die Studios eben nicht verlernt haben, wie man die Menschen unterhält. Gleich am Anfang bekommt man in den Credits Don Simpson und Jerry Bruckheimer als Produzenten genannt. Dem klassischen Actionfilm-Gucker kommt dabei das Grinsen, weil Don seit einer Ewigkeit schon tot ist und die Sache eher eine Widmung darstellt, so als wäre Don der Goose für Jerry. Ich glaube, dass niemandem, der jünger als 35 bis 40 war, die Sache auffiel, während man aus allen Richtungen vollgedröhnt wird mit der Musik und dem Sound von Kampfjets. Es ist mehr als nur eine Widmung, sondern es ist ein Statement. Das alte Pentagon-Kino ist zurück. Was ist mit den Schauspielern und Charakteren? Tom Cruise ist genial als gealterter Maverick, nicht mehr der blutjunge Hitzkopf, sondern ein alter Jedi-Meister mit Selbstironie und gleichzeitig Gravitas, also Yoda aus Empire Strikes Back. Er hat einen romantischen Subplot mit einer blassen Jennifer Connelly, an die ich mich gerade noch erinnern konnte aus Phenomena von Dario Argento von 1985. Ich hatte sogar vergessen, dass sie in Requiem for a Dream war. Maverick hat Schuldgefühle gegenüber Gooses Sohn, Pilotenname Rooster, kompetent, aber nicht übermäßig beeindruckend, gespielt von Miles Teller aus der Divergent-Reihe. Die anderen jungen Piloten wirken ziemlich lahm gegenüber dem restlichen Cast aus klassischen Schauspielern und gegenüber den Figuren aus dem ersten Top-Gun-Film. Glenn Powell alias Hangman soll eine Art Iceman sein, kommt aber rüber wie ein übertrieben arrogantes Schwein, mit dem niemand fliegen würde in der realen Welt. Der echte Iceman im Film, Val Kilmer, kann eigentlich nicht mehr reden, hat aber eine der besten Dialogszenen des ganzen Films. Ed Harris, der gefühlt 100 Jahre alt ist, spielt einen quasi-Attack-Otessen von Maverick, einen knurigen, hohen Offizier, der die Ära der Piloten beenden will zugunsten von Drohnen. Letztendlich ist aber keiner der Offiziere und keiner der Piloten wirklich ein Bösewicht, weil der ganze Film eben ein Werbespot fürs Militär ist, für die militärische Bruderschaft. Man muss etwas sein Hirn ausschalten, um zuzusehen, wie der gealtete Maverick besser fliegt als mit 20er und es sogar in einem alten Flugzeug aufnehmen kann mit modernsten Jets. Fairerweise muss man dazu erwähnen, dass die Amerikaner wirklich sehr viele Übungen fliegen und andere Staaten sich das nicht leisten können. Kommen wir zum Drehbuch. Wie bereits erwähnt, ist die Geschichte im Kern Star Wars A New Hope. Man muss den Todesstern anfliegen und dann ein winziges Ziel treffen und nur Maverick und Rooster haben jede Kräfte. Der Rest sind nur Charaktersubplots. Die Geschichte ist deutlich größer als die des alten Films, wo es nur auf einen Dogfight hinausläuft mit ein paar feindlichen Flugzeugen. Alles bewegt sich flott vorwärts und man rätselt bestenfalls noch, wer von den Figuren überleben wird. Die Regie als Regisseur diente Joseph Kosinski und man fragt sich, ob er nur Action und Cut rief, während alle wichtigen Entscheidungen auf Jerry Bruckheimer zurückgingen. Es wirkt alles enorm kompetent. Der alte Top Gun hatte noch Tony Scott als Regisseur, der im neuen Film eine Widmung erhielt. Der Look des Films. Es ist erstaunlich, wie es gelungen ist, die Magie von traditionellem 35mm-Film einzufangen mit modernen Sony-Venice-Digitalkameras. Alles stimmt. Anscheinend ließ man eine digitale Filmsimulation drüber laufen und man bekommt die Magie von Film und gleichzeitig die Vorteile von digital. Von mir aus könnte jeder neue Film so aussehen, statt dem gängigen, toten Alexa-Resolve-Look, den man überall vorgesetzt bekommt. Es wurde bereits viel geredet darüber, wie die Schauspieler in echte Flugzeuge mit Kameras gesetzt wurden. Das Einzige, was fehlt, war 3D, so wie in der Konvertierung des ersten Teils. Der Sound. Die Songs sind immer noch da und der Lärm auch, wobei die Performance in Deutschlands größtem Multiplex-Kino nicht dem Material gerecht wurde. Die Subwoofer waren schlapp und die Verstärker der regulären Lautsprecher überfordert in den lauten Momenten. Also sowas sollte man im optimierten Heimkino hören. Der Magic-Faktor. Lässt man alteingesessene Produzenten ran ohne Woke-Pädagogik, klappt es auch plötzlich wieder mit der Filmmagie. Der Kitsch-Regler wird auf Stufe 10 hochgedreht und die Charaktere leisten Übermenschliches. Nun, wer hat schon Lust auf Realismus hier in seiner Freizeit? Dann, Ikonografie. Neue ikonografische Elemente gibt es keine. Also nicht eine einzige Sache wird der Fortsetzung zugeschrieben werden. Dafür klappt es hervorragend mit der Einbindung der klassischen ikonografischen Elemente aus dem ersten Film bis hin zum Sportmatch mit freiem Oberkörper. Also statt linker Pädagogik bekommt man hier Pentagon-Pädagogik. Dem Publikum, vor allem dem jungen Publikum, wird halt eben dann der klassische amerikanische Hurra-Patriotismus eingeimpft. Das Militär sind immer die Guten. Und in dem Film sind die Hauptcharaktere sogar die Underdogs, obwohl das US-Militär natürlich viel mehr Geld hat als die meisten anderen Staaten zusammengenommen. Ja, aber wir Deutschen, auch bei dem klassischen Hollywood-Kino, wussten natürlich dann immer, womit wir es hier zu tun haben. Also wenn man so einen Film sieht, dann nimmt man das jetzt als Deutscher nicht für bare Münze. Bei dem amerikanischen Publikum kann es selbstverständlich dann anders sein. Die glauben dann tatsächlich, dass das Militär so eine Art von idealisierter Bruderschaft sei. Der Schurkenstaat, gegen den gekämpft wird, der wird nie wirklich identifiziert. Man kann anhand der gegnerischen Flugzeuge sich zusammenreimen, dass es irgendwas mit dem Ostblock zu tun hat. Also eine Supermacht wird es nicht sein, denn man spricht von einem Schurkenstaat und nicht vom Dritten Weltkrieg. Also es könnte sich um Nordkorea handeln. Gegebenenfalls auch ein anderes Land wie der Iran, der Rüstungsgüter kaufen kann von den Chinesen oder den Russen. Die gegnerischen Piloten werden noch nie mit dem Gesicht gezeigt. Also man hat es hier dann mit diesen gesichtslosen Bösewichtern zu tun, wie man es aus anderen klassischen Filmen kennt. Also die Gegner sind keine richtigen Menschen, sondern es sind einfach nur düstere, schemenhafte Wesen. Man will sich hier natürlich nicht anlegen mit irgendeinem bestimmten Land. Man will sich auch nicht unbedingt anlegen mit dem chinesischen Publikum, was ja so wichtig geworden war für Hollywood. Allerdings gab es ja den Skandal um den einen Aufnäher auf Mavericks Jacke. Den Gegner bekommt man also nie direkt zu sehen, während die guten Charaktere einem hier so völlig ins Gesicht gedrängt werden mit all ihren sympathischen Macken, ihren inneren Konflikten, ihren Verwandten und so weiter und so fort. Also das heißt jede Menge Freundschaft und familiäre Bindungen. Neben den üblichen Woke-Filmen der letzten Jahre gab es ja dann doch noch eine Reihe an großen Kriegsfilmen, unter anderem Christopher Nolans Dunkirk, dann gab es den Film Midway und so weiter und so fort. Also fast jeder historische Krieg wurde da nochmal hervorgekramt und da durften dann die männlichen Figuren Helden sein etc. etc. Allerdings handelt es sich bei Top Gun Maverick wirklich um die Fortsetzung einer klassischen Franchise. Also etwas, was halt in den letzten Jahren sehr häufig auf Woke gedreht wurde. Wir haben es vielleicht tatsächlich mit einer Kurswende zu tun. Hollywood rüstet dementsprechend wieder mal auf. Wir hoffen, dass da ein paar unterhaltsame Filme bei rumkommen, bevor sich vielleicht dann die globale Situation in ein paar Jahren wieder beruhigt und es dann wieder eine Wischiwaschi-Phase gibt in Hollywood und die Rückkehr kommt der linken Pädagogik.